So, da sind wir wieder bei FIFA 13 und jetzt spielen wir gegen Bayern München. Leider gab es keine Tipps, wie das Spiel ausgehen wird und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel werden wird. Mir würde schon unentschieden reichen. Ein Sieg wäre natürlich auch toll, aber eine Niederlage wäre nicht so toll. So, erstmal geht es hier los mit der Standardaufstellung. Naja, ich habe ein paar Änderungen doch schon vorgenommen. Ich habe Hoffmann aufgestellt und Franz da. Und ja, mal sehen, wie das hier jetzt so werden wird. Roberto. Tor. Und Tello, Konter durch, Konter durch, Tello immer noch. Schuss, Tor. 1 zu 0 für Hannover. 96. Das hier geht ja hier schon mal gut los. Neuer ist verletzt, deswegen steht stark im Tor. Ob das jetzt ein Vorteil für uns ist? Ich denke schon, weil Neuer ist einfach richtig krass. Also der ist richtig gut. Und ja, mal sehen, wie es hier weitergehen wird. So, jetzt geht es ab. Franz da. So, Musa. Hoffmann. Hier unten kommt niemand. Du müsstest doch Sarkai normalerweise kommen. So, Roberto. Und Unterschied 2 zu 0. Was ist denn jetzt los? Unglaublich. Hier nochmal eine Zeitlupe. Bam. Wunderschöne Schossen. Von Musa. Machen wir jetzt hier die Bayern fertig, oder was? Hm. Ich kann es nicht sagen. Ähm, wie ist es hier weitergegibt? Hier. Oh. Ja. Luis Gustavo lässt sich die Chance nicht nehmen. Also lässt sich die Chance nicht nehmen. Hier steht es 2 zu 1 für uns. So. Sarkai. Ah. Mist. Krieg ich den? Krieg ich den? Ja. Ah. Geblockt. So. Oh. 3 Tore in der Anfangshälfte. Oder Anfangshälfte. Je nachdem wie man es sagen möchte. Hm. Es ist hier ja das entscheidende Spiel. Also wer das gewinnt, wird sicher Meister sein. Wir wollen ja hier Sieger werden. Also Meister werden. deswegen wäre ein Sieg ähm, sehr gut. Aber ein Unentschieden würde auch reichen. Dann wären wir zwar noch nicht komplett sicher Meister, aber wir hätten da schon wieder einen Vorteil gegenüber der Bayern Mannschaft. So. Jetzt hier ja nochmal. Ne. Ach. Ein Fehlpass. So. Das müsste Absatz sein, oder? Ach. Da kann ich nicht mehr mit durch. Schade. So. Rausch jetzt. Hier. Philippe erobert sich noch nicht ganz den Ball. Omosa. Und jetzt hier auf Hoffmann. Hoffmann. Tor. 3 zu 1. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Halbe Stunde gespielt. 3 zu 1 führen wir. gegen die Bayern. So. Jetzt geht's ab hier. Na, dann kriegen wir nicht mehr. Na, los. Sakai müsste sich den Ball erobern. Das macht er auch gut. Jetzt wieder. Der Angriff von Hannover 96 oben. Ach, da wollte ich den gar nicht hinhaben. Ich wollte rüber spielen. Das ist ihm hier. Franzer. Schade. Ja, ich probiere hier ein bisschen was aus. Ich wollte etwas defensiver spielen. Mit Hoffmann und Franz. Äh, mit Franzer. Das klingt mir momentan gut. Gehen wir jetzt hier weiter. Christian Tendo oder Tendo oder was weiß ich. So, ich habe auf jeden Fall immer noch den Ball. Musa. Ach, Mist. Schade. Gleiches Halt sein. Ist auch gut für uns. So. Ja, Mist. Oh oh. Oh oh. Knapp. Abschlag oder Abstoß. Ho 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 ho. Witzig. So. Ja, komm. So muss ich den Ball ja mal kriegen. So, so. Und jetzt oben. Ach Mist. Der war schlecht gespielt. Sehr schlecht. Und wieder den Ball erobert. Und jetzt ist Halbzeit. Somit führen wir 3 zu 1 gegen den FC Bayern München. So, jetzt 2. Halbzeit. Also, wie das hier losgenvieren. So. Ja, da setzt er sich schon mal wunderbar durch. Und nochmal. Es wurde gefoult. Es gibt keinen Elfmeter. Vielleicht war es doch nur schweibig. Bin mir nicht sicher. Hier kein Schiedsrichter. Oder ist einfach ausgoatscht. Kann ja auch sein. Oh. den Tor. Ja. Manzukić mit nächsten Anschlusstreffer. Ich hätte nur noch 3 zu 2. Okay. Das geht ja auch um viel, ne? Wer die Meisterschaft gewinnen will, muss auch gewinnen. So, wir bekommen jetzt einen Freistoß. Ach Mensch, ich wollte nur kurz ausführen. So. Musa. Sakai. Musa. Äh, Franz. Ach. Ach, komm. Ich hab gedacht gehabt, das wär Musa. Egal, jetzt steht's auf jeden Fall 4-2 für Hannover 96. Erstmal hier, jetzt spielen wir mal offensiv. Wir spielen mal offensiv aus. Mal sehen, wie offensiv die Hegel geschieden werden. Wird mal bestimmt ein paar Gegentore kassieren. Ich bin mal gespannt. So, Franza. Ähm, Musa. Wo spiel ich denn mal hin? Ich kann ja auch selbst noch gehen. Ich spiel mal zu Hoffmann ab. Und mal zu Franza. Roberto. Ach. Ach, Mist. Ich hab den Ball unnötig verloren. Oh, oh. Aufpassen. Das war knapp. So, Ribéry verlässt den Platz. Jetzt kommt Robben. Okay. Alter. Gelb. Das ist, das, ja. Wollte schon sagen, ey. Da geht ja mal gar nicht. So, jetzt Schuss. Und, ach, Mann. Komm, 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 komm. Ich muss den Ball erobern. Jetzt kommt Robben. Jetzt geht's ab. Äh, er sprintet ja gar nicht richtig. Einen Elfmeter bitte. Ja, hat mal Glück. So. Na, Mist. Kriegt er doch den Ball. So, Fehlpass jetzt. Weiß ja nicht. Von Bayern auf jeden Fall. So. Ach, Mist. Wollte schießen. Er kam den Ball nicht mehr auf den Fuß. Schade. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal auswechseln. Musa. Ja, komm. Leitner kann auch noch mal rein. Für Roberto und Dulo oder wie er ausgesprochen wird. Ähm. Komm. Bring wir mal Poco rein. Naja, den, da könnten wir eigentlich Poco für Rausch. Äh, für Rausch. so. So. Gut. Äh, äh, oh, 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 oh. Nein. Und noch ein Ding vor. Ja, Gommes. Äh, ich will sie nicht nur verlieren. hä. Jetzt steht's 4-3, ne? Ja, 4-3, Alter, das ist ein Spiel, ey. So, komm. Machen wir jetzt was für ein 3? Ich weiß es nicht. Das wäre ein Raum gewesen, erster Ball Kontakt und sofort ein Tor. Boah. So. Komm, 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 komm. Mhm. 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 Gustavo, Gustavo wird runtergehen. Mhm. 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 Jetzt kommt Pissaro noch rein. Mhm. Oh, ne. unnötiger Ballverlust. Zieler. Hält ihn. Nein. Ich hätte doch Zieler rausschicken sollen. Scheiße. 4-4. Oh, oh. Oh, 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 jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt drehen die Bayern aber auf. Scheiße. Komm schon, mein Ball. Ah, endlich hoher Druck. Wieder defensiv. Und so. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm, bisschen Zeit ist noch, aber ich krieg den Ball gerade wieder nicht. Jetzt. Jetzt, komm, 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 komm. Jawoll. Komm, einfach mal ein Sweaty Ball. Dafür steht es jetzt 5 zu 4 in einer richtig krassen Partie. Richtig krank. Boah, krass. Äh, das ist unglaublich, ey. 5 zu 4. Boah. Los. Jetzt gucken wir hier nochmal einen Einwurf. Noch ein. Jawoll. 6 zu 4 besiegen wir die Bayern. Kann man ja jetzt schon sagen. Jetzt muss hier gleich abgefünftet werden. Alter Schwede, ey. 6 zu 4 gewinnen wir. 6 zu 4 gewinnen wir. Das war hier mal ein sehr interessantes Spiel. Okay. Wie viele Schüsse? Ja, 6 zu 5. Ja, 6 zu 5. War schon ein schönes Spiel. Muss man mal sagen. gut. Dann, dann sind wir im Finale der Europa League. Ihr könnt ja schon mal einen Tipp in die Kommentare schreiben. Wählerspiel ausgewählt und dann sehen wir uns in der nächsten Partie. Also, bis dennne. Bis dann. ~! 20, 19, 20, 20...